Wer ist da? Ich hab eine Handtasche gefunden von einer gewissen Greta Hiddick. Oh, wie reizend von dir. Wo hast du sie gefunden? Ähm, in der U-Bahn. Oh, darf ich dir einen Kaffee anbieten? Du bist so freundlich. Ich bekomme nicht oft Besuch. Seit meine Tochter fort ist, ist es hier etwas einsam. Wo sind die Kerzen? Äh, in dem Schrank dort. Was? Hast du sie gefunden, Liebes? Glaubst du, sie hat die Handtaschen absichtlich in der U-Bahn stehen lassen? In der Hoffnung. Jemand bringt sie zurück. Und das warst du. Oh mein Gott, das ist sie. Geh einfach nicht ran. Ich hab die Taschen gefunden. Ich will sie nie wiedersehen. Sie fängt an, mir Angst zu machen. Und das ist nicht strafbar? Öffentlicher Raum. Mir sind die Hände gebunden. Warum tun sie das? Oh, wie aufregend. Jeder braucht einen Freund. Was haben sie getan? Was haben sie getan? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Untertitelung des ZDF, 2020